Du bist auf der Suche nach köstlichen Speisen, um neue Leute kennenzulernen und in deiner Region oder überall auf der Welt dies zu teilen? Das Leben kann manchmal langweilig sein, wenn man immer die gleichen Aktivitäten macht oder wenn niemand Zeit hat, mit dir etwas zu unternehmen. Wir machen dein Leben spannend, damit du mehr Spaß beim Essen hast, während der Reise oder einfach nur in deiner Stadt. Foodies ist geboren! Die beste App, die dich zu neuen Leuten führt. Esst eure Lieblingsspeisen zusammen und warum nicht gute Freunde werden? Egal ob du alleine bist, als Paar, in einer Gruppe oder auf Geschäftsreise bist. Du bist in einer neuen Stadt gezogen, wo dich niemand kennt? Foodies macht deine Momente zu einem Einzigartigen. Jetzt hast du die Wahl, die Welt zu erkunden. Wenn du Lust hast, ein Chef oder toller Gastgeber zu werden oder einfach nur traditionelle Speisen genießen magst. Du kannst dich auf foodies.com registrieren oder buchen. Durch die Suche in einer bestimmten Stadt, zum Abendessen, Brunch, ein schönes Frühstück mit frischen Croissants und Baguettes in Paris, ein erstaunliches Mittagessen mit frischer Pasta von Oma in Roma oder eine unvergessliche Teezeit unter der Sonne von Marrakesch. Mit Foodies hast du überall einen großen Moment. Lade jetzt unsere App herunter oder besucht für mehr Informationen unsere Website www.foodies.com.